so dann wollen wir doch mal hier weitermachen war los geht's alles klar dann los so ein bisschen muss man sich noch an die steuerung hier gewöhnt finde ich wo kommt ihr denn jetzt her ich kann mich nicht heilen ich will nicht sterben schnauzer und du bist ein arsch warum war das knapp holy shit ich mag das hier irgendwo war drum zu schleudern ist schon geil der weg ist frei los hey jungs ich glaube bomben gehören zu willys fluchtplan sie scheinen festzusitzen kümmere ich um sie wir suchen die bomben okay dann sucht man die bomben wurden bei der letzten explosion eingeschlossen ich muss sie befreien los alle weg evakuiert das gebäude ja macht das wir müssen irgendwie rauskommen frage ist so wie wow ok sie finden spiderman wir können nicht weg wir sitzen fest ich hebe so wenn sie frei sind schnell raus hier wer gehen kann hilft den verletzten verstanden spidey spidey meine güte auch das feuer und das licht hier ne sieht unfassbar geil aus unfassbar so dann auf geht's oh mein gott wo lang verdammt juri schickt die sanitäter schnell ich versuch's oh shit wow bruder mach mal langsam was ist denn los mit dir jetzt ist schluss alter was ist los bei euch schnauze nix und tschüss von hinten und das war's was wo kommt der denn jetzt her ja schon dumm ne man so blöd ist wie du bleib liegen gefällt mir auf jeden fall ja so man wie sind die jungs vom bombenkommando hier durchgekommen ne gute frage spidey wow 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 was los bei euch tschüss mich noch was irgendwas zum drauf schleudern da tschüss maul halten und tschüss einfach an der wand zack ich zertrümmer dir gleich dein kiefer hier bruder ok alles klar das bombenkommando ist schon voraus ich hoffe sie sind okay wunderbar seht ihr in ordnung wir wollten gerade verstärkung anfordern das bin wohl ich geh vor wir bleiben dicht hinter dir achtung boss tja dann wollen wir mal tschüss ihr habt von anfang an mit pisk und einer decke gesteckt power anscheinend eh ah ok der gibt es die haben uns selbst erschossen, diese trottel Tschüss Nimm den hier Bleib liegen Ey, der geht jetzt aber nicht down Warum nicht Nice Ja Und vorher Machen wir hier noch den ganzen Laden kaputt Einfach weil wir es können Weil wir sind Spiderman Was? Oder auch nicht Und tschüss Nein Schreibst du deine Memo an? Vergiss nicht den Bindestrich zwischen Spider und Man Mach den Heli fertig Ich komme gleich Erstaunlich wie weit du gekommen bist Aber deine Torheiten Enden jetzt Äh, du weißt schon, dass ich dich immer noch sehe, oder? Acht Jahre lang diese Anmaßung Oh, für mich? War nicht nötig Ich muss meine Chance abwarten Wow Bruder Was ist los? Wird nachgeladen Hahaha Shit Scheiße Zieh, zieh, zieh Nix Schnauze Und ab dafür Wie kann das sein? Was ist los, Willy? Du scheinst wütend zu sein Ich werde dich vernichten Gib dein Bestes Gib dein Bestes, Willy Und Tschüss Na du? Du bist zu weit gegangen, Junge Nicht diesmal Scheiße Scheiße Du wirst ihn erst einspinnen Und dann gibt's aufs Fressbrett Schnauze Und Ab dafür Was? Warum geht das nicht? Wow, 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 wow Warum geht das alles nicht? Da Und tschüss Gib's was Aufs Maul Du stirbst Genauso nutzlos Wie du gelebt hast Gib dein Bestes Du bist der größte Abschaum dieser Stadt Das gleiche wollte ich zu dir sagen Ihr wisst, was zu tun ist Umsteht ihn Wow, 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 wow Jetzt holt er sich auch noch Hilfe, der Affe Scheiße Ich will da das Teil haben Und tschüss Ihr Schwachköpfe Ihr seid zum Kämpfen ausgebildet Also kämpft Witzig Ich will irgendwas Da Cool, ne, Willy Hallo Hohohoho Das tut aber jetzt weh Na, na So, zack Ja Weiß ich nicht Mich bezahlt er nicht Also gibt's aufs Fressbrett Nein Bullshit Das war mein Wecker So kann's gehen Nein Scheiße Ich hab noch nicht mal angefangen Scheiße Ich hab mich doch geheilt Boah Jetzt geht's aber hier los Komm 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 Scheiße Das Move Das Move Muss noch trainiert werden Und tschüss Komm her In die Fresse In die Fresse Not Oh, oh! Sollten wir uns küssen? Vielleicht später. Sollten wir uns küssen? Der Kingpin wandert hinter Gitter. Das Ende einer Ära. Ich sollte das feiern. Vielleicht sollte ich Urlaub machen. Das ist richtig. Vielleicht solltest du Urlaub machen. Aber wir müssen jetzt hier erstmal auf den Fertigkeitsbaum schauen. Und da könnte ich... Ja, würde ich doch mal sagen Innovator machen. Hm. Obwohl es... Keine Ahnung. Ich meine, das hier wäre ganz gut. Die Leute alle zu entwaffnen. Griff und Wurf wären natürlich noch besser, ne? Oh, so eine Rakete einfach da hinzuschleudern, wäre natürlich auch nice. Hm. Netschwinger. Hier könnte ich mich heilen. Okay. Das wäre nice. Tja, jetzt ist halt die Frage, was nehme ich denn da? Machen wir erstmal eins, ne? Ich glaube, das wäre ganz gut. Gut. Ja. Dann. Los. Hä? Achso. Ich soll da oben den erst nehmen. Okay. Mehr kann ich gar nicht machen. Gut. Dann machen wir mal weiter. Ja, man muss doch so ein bisschen reinkommen mit der Steuerung. Parker, wo sind Sie? Die Kommission wird bald hier sein. Wir müssen einen Gerätetest durchführen. Ich bin fast da. Nur noch ein paar Blocks. Ich glaube, ich mache es selbst. Nein, nicht. Es ist gefährlich. Mir gefällt Docs Enthusiasmus. Aber manchmal bringt er sich in Schwierigkeiten. Ich beeile mich, bevor er sich noch wehtut. Okay. Wow. Alter, es macht so viel Bock, hier rumzuschwingen, ne? Alter, er hat drei in der Luft gedrückt, um rumzuhechten. Wow. Oh, shit. Da war das Schild den Weg. Meine Fresse ist das geil. Oh, wow. Sehr cool. Und tschüss. Nice. 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 Wo muss ich hin? Ach, hier. Coole Nummer, Alter. So schnell will ich auch mal im echten Leben hier durchkommen. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Vielen Dank.